Nein, 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 nein ich schwitze schon leicht. Nur leicht. Aber so langsam komme ich in das Game rein. Und dann kommt sowas und ich denke mir, toll. Okay, okay. Mal gucken, was kann zudem passen. Kannst du zudem? Ah ja, easy, easy going, und ja gar nichts. Noch zum Upgraden. Die Pistole ist ja jetzt voll. Da haben wir alles. Shorty, kann man Granatenwerfer dran machen? Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Mal gucken, was kann man den noch machen? Reflexvisier? Pah. Brauch ich nicht. Gucken wir mal. Selbstlade. Oh geil, Selbstlade. Aber da fehlen mir noch ein bisschen. Na gut, beim nächsten Mal. Ist leer. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich auch damit gerechnet, dass wir genug Polymer haben. Weil ich schon das Gefühl hatte, wir haben jetzt viel eingesammelt. Dem war aber nicht so. Na gut, dann gucken wir mal. Was kann das so. Also hat immer noch kein Strom. Warum hat das kein Strom? Muss ich jetzt? Ne. Kann man eigentlich? Muss ich da überhaupt was machen? Eigentlich schon. Sonst könnte man die doch nicht benutzen, die Regler. Der hat ja keinen Sinn machen. Hm. Ich denke mal nicht, dass es nur Reinspielerei ist, da an den Hebel rum zu hantieren. Ach ja. Ja, ja, ja. Deswegen. Obala. Obala. Schon wieder. Gucken wir erstmal, was wohin führt. Da fahren wir jetzt wieder Drecksalarmanlage. Grün ist. Ja, grün müssen wir machen. Dann machen wir einmal hier. Gut. Das war wohl richtig. Ich glaube, jetzt kann ich es dann nutzen. Oder? Da geht es grad weiter. Mhm. 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 Sorry, Jungs. Ich muss mal reinschauen. Bin gleich wieder weg. Okay. 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 Dann machen wir. Tschüss. Boah, dass sie sich da nicht schneidet, ey. Aber ich hab wahrscheinlich so Kevlar-Handschuhe an, oder? So ein Zeug. Okay. So. Jetzt können wir Bob der Baumeister spielen. Ja. Okay. Erstmal nach oben. Und warum nach oben? Gucken. Gucken wir uns das erstmal an. Ich kann auf jeden Fall da hoch. Ich muss springen. Okay. So. Das müsste reichen. Gucken wir mal. Nee. So weit kann keiner springen. Macht überhaupt keinen Sinn. Ben. Ticken näher. Obwohl das sogar eigentlich... Nee. Nee. Ich bezweifle es. Aber wir schauen mal. Hopp. Nee. So einfach. Ich hätte eigentlich auch von hier oben ballern können. Ich glaube, da hätte mich... Blablabla. Ja. Blablabla. Ja. Da hätte mich keiner treffen können. Ja gut. Wenn sie halt sich verteilen, wäre ich gearscht gewesen. Ähm. Na gut. Scheinbar gibt es doch Menschen, die so weit springen können. Ich könnte das aus dem Stand nicht, hätte es wahrscheinlich auch nicht versucht, mit Anlauf vielleicht, ja, warte. Jeff? Mein Name ist Jeff. 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 Jeff ist auch ein komischer Name. Oh, Wodka! Es gibt definitiv ein paar alten Votteln. Ist das alles gut? Es wird nur verbessert. Es ist alles gut, Alex. Russell, du verbringst dich. Der Vodka ist gut, Alex! Der Vodka ist gut, Alex! Der Vodka ist gut. Viel zu viel Vodka. Sehe ich genau so. Ah. Niesmuschel. Die von vorhin. Niesmuschel. Vodka? Nein. Oh. Ich will es nicht berühren. Ich habe Angst, dass sie mir irgendeinen Finger abbeißen oder sowas. Nee, 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 machen wir nicht. Boah, sieht das geil aus. Die Komposition mit den Farben, mit dem rötlichen, blauen. Ja, ich höre schon auf. Wie nennt man das? Heuschnupfen. Oh, das Piepen kennen wir. Ich piepe. Scheinbar muss ich da durch. Vielleicht macht es ja jetzt Sinn, mal den Mund zuzuhalten. Oder eine Gasmaske oder so. Kann ich dem die Maske abnehmen? Nein. Boah, ich will mir jetzt nichts einfangen. Das sehe ich doch gar nicht. Fast so. Mhm. Hm, sich wohl da durch. Trotz, dass ich mir den Mund zugehalten habe. Äh, das da. Na, hier würde ich nicht wohnen wollen. Irgendwie. Hier. So. Nee. Wow. Ich rieche es förmlich hier. Das ist nicht mein Zimmer. Das ist das, was mein Gehirn mir versucht vorzuspielen. Mann, ist das viel Wodka hier. Ich habe gerade die Sets, glaube ich, sind das. Ne, 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 doch nicht. Civil Defense Antidot Fist 8 geht. Ah, ok. Anti, würde schnell werden. Antibakteriell. 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 Goll. Hm, kenn ich. Da könnte Tobi jetzt was dazu sagen. Wie die Dinger heißen. Wo die benutzt werden. Fahrzeugs. Oh, es wird langsam dunkel. Ja. Schön. Ja. 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 Ich gehe rein. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Nein. Wir machen es altmodisch. Schön mit dem Stuhl. Sonst sehe ich nichts. Na gut, immerhin eins. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr, aber von wegen, hätte ich dich fast vergessen. Etwas will ich ausprobieren. Geht das? Kann ich? Nee, geht nicht. Ja, okay, dann lassen wir es. Ich wollte so ein Fass durchs Fenster werfen. Wollte ich schon lieber mal machen. What? Wer? Ich muss da runter, glaube ich. Will ich da runter? Es kommt von da oben. Jetzt wäre vielleicht die Taschenlampe nicht schlecht. Von der Seite wahrscheinlich. Nee. Hm. Alex! You're never gonna believe! Russ? Russ? Mann! Oh, will ich einen blauen Helm? Oh ja, ich will einen blauen Helm. Guck, Tobi, so zieht mein Helm auf. Falls du das überhaupt siehst. Los, nichts liegen lassen hier. Ja. Speichern. Oh, hey, 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 with the blood on you, you, with the blood, yeah, I got a little situation here, yeah, you sure do, you don't happen to have a gun on you, do you, yeah, look at that, it's a nice one too, it's nicer than mine, which is up inside this guy, was, was what could you do there? Man, I thought we had a green, you keep your tongue to yourself and I'll shoot you in it. Okay. Nice. What was that now? What the hell was that? Oh, that's Jeff. Jeff? Oh, don't worry, you can't see. Here's just fine, no? Well, I got an ear like Mozart. Who? Alright, now let me help you out. I thought you were Jeff. See you on the other side, Keynor. And keep your voice down. Okay. Okay. Ich glaube, so langsam müssten wir, äh, ich glaube so langsam müssten wir, ähm, 30 Polymer haben. Hmm. Hmm. There he is. Jeff. Right there, Jeff? There he is. Toll! Kann man den ein bisschen verarschen? Okay. Ich will bloß nicht da runterfallen. Sonst ist hier nix. Oh, schon wieder... Ähm, Häuschnupfen... Dinger... Ach nee, sag bloß! Alex! Alex Banz! Und du? Bist die Freiheitsstatue? Hm, toller Tit. Okay. Okay. Hat das jetzt... Jeff gehört? Nee, geil. Ob das jetzt getriggert war, weil ich jetzt halt wirklich einen Helm aufhabe? Bestimmt. Oh, schon klappt. Hey, hey! Cover your mouth so you don't cough! Ja, das ist wahrscheinlich wegen Jeff. Ehehlend. Oh, oh, oh. Ja, das ist alles. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, pssst! Oh Mann, da ist bestimmt irgendwas drin. Scheiße. Das Ding ist ja noch zu, da kann nix passieren. Ich muss das Ding aufmachen. Ein bisschen laut. Dieeau ist leer, da muss ich nicht ausprobieren. Wir laden. Wind Animals kann super �цию werden. Oh Gott, oh Gott! Ich hoffe es klappt. Ich hoffe es geht. 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 Nein. 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 Ich hoffe es geht. Ich hoffe es geht. Nein. Es ist geworfen. Es ist Jahre weg. Jetzt어주fort. Dann würde ich CNN pushen. Jetzt schade. Jetzt würde ich ihn bitten. weil ich paranoid bin und denke, wenn ich rede, dann hört er mich. Deswegen war ich jetzt lieber mal ruhig. Wahrscheinlich muss ich da runter. Blech! Was ist das Riesendinger, ey? Alex, komm in! Hey, Alex! Oh, da bist du. Kannst du mich hören? Ja. Ich denke, du bist noch in der Distillerie. Ich habe einen Freund namens Jeff. Das ist großartig. Wir können alle Hilfe, die wir bekommen. Ja, aber wir sind nicht wirklich nahe. Es sollte einen großen Tunnel aus dem Platz sein. Hier irgendwo. Das wird... Ist der Tunnel aus dem Platz? Ja, korrekt! Du bekommst es öffnen, ich weiß, woher es liegt. Okay. Aber die ganze Zeit, was ich mich gefragt habe, ist... Das Schlimmere, als zu schweigen und die Luft anzuhalten. Welches Vieh hat solche Riesenscheren? Das muss ja ein Riesenteil sein. Das war es ähnlich. Das erschöpfte Busch.